Wie waren Ihre ersten Empfindungen, als Sie erfahren haben, jetzt ist Krieg? Also wir sind natürlich tief betroffen und wir waren auch total erschüttert, als wir die Meldungen aus dem Kriegsgebiet gehört haben. Wir leiden natürlich auch emotional mit den Menschen, die das jetzt betrifft, weil ein Krieg mitten in Europa betrifft uns alle. Wie nehmen Sie die Stimmung in der Stadt Baden-Baden aktuell wahr? Also es ist in der Stadt auf jeden Fall eine gleich ganz große Solidarität zu spüren gewesen. Das heißt, die Menschen, viele haben Verwandte dort, viele sind einfach vielleicht auch gar nicht direkt betroffen, aber leiden einfach eben entsprechend mit und wollen helfen. Also eine ganz große Welle der Unterstützung habe ich gespürt. Man hat es in den sozialen Netzwerken gelesen, man hat es an Pressemeldungen schon gesehen. Es gab am Freitag ein großes Friedensgebet auf der Fieserbrücke, wo viele, viele Menschen trotz strömendem Regen teilgenommen haben. Und man merkt einfach, dass alle spenden wollen, dass sie Menschen aufnehmen wollen, die flüchten. Also eine ganz große Solidarität ist auf jeden Fall bei uns in Baden-Baden, auch in der Stadt zu spüren. Haben Sie Sorgen, dass sich der Krieg auf den Tourismus in Baden-Baden auswirkt? Also sicherlich wird der Krieg ja auch in der Hoffnung erst bald vorüber, aber wird natürlich Auswirkungen auf jeden Fall mit sich bringen. Jede politische Situation bringt neue Auswirkungen für den Tourismus mit sich. Und Baden-Baden hat natürlich eine ganz, ganz lange Verbindung zu Russland durch die Geschichte von der Stadt. Und wir hatten 2013 wirklich viele, viele russische Gäste in Baden-Baden, auch über die Jahre jetzt immer noch wieder. Jetzt hatten wir aber gerade die Pandemie, die ja auch alles verändert hat. Das heißt also, das sind alles Faktoren, die natürlich ja den Tourismus im Inland, aber auch fürs Ausland beeinflussen. Und sicherlich wird es da auch Veränderungen geben, die wir aber jetzt durch die Pandemie sowieso auch schon spüren. Steht Baden-Baden für ein friedvolles Miteinander aller Nationen? Das ist so, das macht es uns aus. Und deshalb sind wir, glaube ich, jetzt auch umso betroffener und umso bestürzter um die Situation, weil wir das hier eigentlich tagtäglich erleben, wie das eben funktioniert. Wir haben viele Menschen, leben aus dem Ausland in Baden-Baden-Fest, viele sind touristisch hier. Und bei uns ist schon ein wirklich internationales Miteinander. Und wir merken hier, was für eine besondere Wirkung das eigentlich hat. Und umso mehr werden wir das vermissen, wenn eben jetzt immer mehr Krieg und Konflikte herrschen.